Mein Name ist Paul Schreier, ich bin der stellvertretende Direktor für Statistik in der OECD und meine Zahl ist 33. In der öffentlichen Diskussion wird der bezahlten Arbeit sehr viel Wert zugemessen, aber die Tatsache, dass es unbezahlte Arbeit gibt, die ebenso wichtig ist, wird oft vergessen. Wenn wir dieser unbezahlten Arbeit einen Wert zuordnen, dann würde sich unser Volkseinkommen, also alles das, was wir erwirtschaften, um 33 Prozent erhöhen. Die Person, die den Pflegedienst erbringt, erwirbt Rentenpunkte, ist in einem Beschäftigungsverhältnis. Wenn genau die gleiche Arbeit von mir selbst zu Hause erbracht wird, dann kann es sein, dass ich als beschäftigungslos gelte und diese Arbeit als nicht nützlich betrachtet wird, obwohl sie genau den gleichen Wert, den gleichen gesellschaftlichen Wert hat, wie die Arbeit, die über den Markt erbracht wurde. Als Statistiker kann ich nur einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, indem ich die Zahl berechne und indem ich Daten und Informationen zur Verfügung stelle, die von guter Qualität sind, die leicht zugänglich sind und die für jeden verfügbar sind. Grundsystem von Gris S fifteen werden, fast die Endes Mikrum zu zeige, Vielen Dank.